mitgekriegt habe aus meiner Familie. Ich habe nicht mitgekriegt, wie meine Eltern denken. Also das war ein riesengroßes Durcheinander. Da war nichts, an dem ich mich festhalten konnte und ich habe auch dann immer irgendwo gesagt, ja gut, dann muss ich mich halt selber erziehen, oder? Dann muss ich halt selber schauen, wie das Leben funktioniert. Ich habe nur gesehen, wie das meine Eltern gemacht haben, dass sie nicht den Erfolg gehabt haben, den sie gerne gehabt hätten, dass sie nicht glücklich waren. Lustigerweise war aus der Familie von meinem Vater Geld da, Geld war da bis zu einem gewissen Punkt, als es dann aufgebraucht war. Aber da habe ich dann halt auch gemerkt, ja, um was geht es, habe ich mich immer gefragt, um was geht es, was muss man machen, damit man glücklich ist, damit man frei ist, damit man zufrieden ist und damit man gut genug ist, oder? Und dann kam immer wieder, wieso, weshalb, warum? Vielleicht kennt ihr diese Kindersendung, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und ich habe immer gefragt und niemand hatte eine Antwort. Und es ist ja auch logisch, weil ja jeder quasi aus seiner eigenen Perspektive, aus seiner eigenen Konditionierung seine Regeln zieht. Ja, das kommt ja so rum. Du siehst Regeln und du adaptierst sie, du nimmst sie an, du nimmst ein Verständnis an. Danke fürs Herzchen. Aber das ist eben genau der falsche Weg, weil dieser Weg führt dich sozusagen in einen kleinen Bezugsrahmen, der aus Regeln und Konditionierungen besteht von deinem Umfeld. Und dann bleibst du natürlich, wenn du die Regeln und Konditionierungen des Umfelds befolgst, dann wirst du auch die Ergebnisse des Umfelds haben. Ja, und da wollte ich nicht hin und diese Ergebnisse wollte ich auch nicht haben, meines Umfeld. Und da habe ich immer geguckt und geguckt und wie machen es andere und wie ist denn der Weg, oder? Und irgendwie hat es für mich nie gestimmt. Es war nie stimmig, weil, jetzt kapiere ich das auch, weil ich versucht habe, in der Box von anderen Menschen zu leben und aus der Box von anderen Menschen, aus dem Bezugsrahmen, aus der Realität, aus den Regeln, wie andere Menschen das Leben wahrnehmen und versuchen, sich darin zu bewegen, habe ich versucht, es zu adaptieren, habe es versucht, für mich zu nehmen und dann aber mein Leben draus zu kreieren. Und das klappt natürlich nicht, oder? Du kannst nicht mit den Regeln anderer, mit den Vorstellungen anderer, mit den Überzeugungen anderer, die nicht mit dir resonieren, aber weil du glaubst, die haben ja die Erfolge, die haben ja das Leben und die haben, die fühlen sich ja so gut, weil du es ja glaubst, denkst du, du müsstest einen Weg gehen, den die anderen auch gehen. Und das ist so tief in uns verankert und führt einfach immer ins Sackgassen. Und warum sind wir so verankert? Weil wir eben nicht wissen, wie wir mit diesem Raum der unendlichen, ja unendlichen, unbeschränkten Möglichkeiten umgehen sollen. Wir wissen das zwar, es wurde uns gesagt, wir haben Bücher gelesen, viele, die das jetzt hören, die kennen sich mit Dr. Jodie Spencers Arbeit aus und der führt uns in den Raum, da ist, da weißt du plötzlich, okay, ich bin niemand, ich bin zu keinem Ort, zu keiner Zeit, mit keinem Objekt, sprich mit keinem Körper. Und dann lernst du, dass es also noch viel mehr gibt und viel größer ist. Und dann lernst du, dass du da in diesem Raum dich drauf fokussieren kannst, was du möchtest, ja, was du wirklich möchtest. Das sind ja auch diese Manifestationstechniken. Das sind diese Techniken, die sagen, stell dir vor, was du möchtest und stell dir vor, wie das sein wird. Und gleichzeitig hast du dieses dicke Gummiband, der immer wieder zurückholt und sagt, ja, da kann ich mir lang vorstellen, dass ich gesund und freudig am Rumhüpfen bin, aber ich habe Schmerzen, mir tut alles weh, ich kann mich nicht bewegen und dann soll ich dorthin gehen, aber ich kann ja nicht dorthin, weil alles hält mich dort zurück. Ja, du bist kein Körper und so weiter. Und dann gehst du dorthin und gehst du dorthin und irgendwann mal hast du kleine Erfolge. Und die hatte ich auch. Kleine Erfolge und immer ein bisschen und es geht ein bisschen besser und es geht ein bisschen besser und ich komme ein bisschen mehr in die Welt, in der ich sein will und ich komme ein bisschen mehr in die Welt, in der ich sein will. Aber irgendwo ist da immer noch ein Deckel. Es geht nicht richtig durch, es geht nicht richtig vorwärts. Also es ist immer noch dieses Bändlein da, das mich immer noch zurückhält und wo der Verstand, glaube ich, der Fadenzieher dieses Gummibands ist, der nicht bereit ist, weiterzugehen, der nicht bereit ist, in diesen Raum einzutreten, weil ich den nicht kenne, weil der unbekannt ist, weil ich Angst habe. Logisch. Also habe ich mir überlegt, ich muss die Angst vorm Unmigranten verlieren. Okay, alles gut, Techniken, Surrender, Dr. Jody Spencer, zwei Retreats, Activities, diese Challenges, hinten fallen lassen, meditiert bis zum Muni. Aber ich hatte echt keinen Bock, meinen Hirn explodieren zu lassen mit irgendeiner Atemübung, weil auch hier ich für mich das nicht notwendig finde, dass ich meinen Körper irgendwie stranguliere oder manipuliere, damit der aus dem Weg geht. Ich wollte es über meinen Verstand, ich wollte es über mein Verständnis machen und ich musste wissen, was dieses Feld, was dieser Raum der ungeschränkten Möglichkeiten ist, wo der herkommt, warum der da ist und zwar nicht für mich als irgendwie Moleküle und Hormone und was weiß ich nicht was zu verstehen, sondern damit ich mich in einem Raum der unbekannten Möglichkeiten wohlfühle, muss ich wissen, wer bin ich denn wirklich und wer bin ich dann in diesem Raum. Weil niemand ist bereit, eine Identität aufzugeben oder eine Persönlichkeit oder ein Wissen oder eine Verbindung zu einem Schutz, zu einem Schutzgedankenkonstrukt, zu einer Schutzerfahrung aufzugeben, wenn er nichts Neues hat, was ihm Schutz bietet. Das lässt unser System, das lässt unser Mechanismus, lässt es einfach nicht zu. Du brauchst irgendwo etwas, wo du dich festhalten kannst. Du brauchst ein Zuhause, ein Gefühl des Zuhause, ein Gefühl des Vertrauts, ein Gefühl des Richtiges und Gutes und Perfektes zu sein. Und wenn du weißt, du kriegst dieses Gefühl im Raum der unendlichen Möglichkeiten, im Raum aller Potenziale, dann gehst du auch dorthin und lässt dich dort fallen und dann fühlst du dich wohl. Also geht es darum, für dich eine Beziehung zu diesem Raum, zu diesem unendlichen Potenzial, zu diesem Feld, zu diesem Universum aufzubauen. Und dafür brauchst du ein felsenfestes Verständnis und eine felsenfeste Wahrheit, die dich dort hält und hebt. Und sonst gehst du nicht, sonst hast du Schiss, sonst willst du nichts verändern, sonst hältst du dich an diesem Gummiband weiterhin fest und dieses Gummiband hält dich fest. Und um da vorwärts zu gehen, war es für mich das Allerwichtigste zu kapieren, was ist dieser Raum, wie ist der ausgestattet, und inwieweit kann ich mich darauf verlassen, auf dieses Unbekannte, was ist in dem Unbekannten drin. Und guten Morgen Ursula, und wie werde ich dort getragen und zwar, wie kann ich dort agieren und was ist mein Recht, mein Anrecht in diesem Raum zu sein. Genau, und diese Beziehung, und da habe ich echt, mit meinem Verstand hat es irgendwie nicht hingekriegt, bis ich kapiert habe, okay, dieser Raum ist das Göttliche, ist die göttliche Intelligenz. Welche Qualitäten hat also eine göttliche Intelligenz? Und wie stehe ich in der Beziehung mit dieser göttlichen Intelligenz, mit diesem Raum der unbeschränkten Möglichkeiten? Und erst dann, als ich dann kapiert habe, okay, da ist nicht ein schwarzes Loch, sondern da ist eine Energie, aus der ich entstanden bin, die mich trägt, und zwar dorthin, wo es sich gut anfühlt, wo ich sicher bin. Aber damit ich mich darauf einlassen kann, muss ich alle alten Paradigmen, alle alten Vorstellungen davon, wie das Leben funktioniert, wer ich bin, wer meine Persönlichkeit ist, abgeben zugunsten einer wahren Identität. Es ist die einzige Wahrheit für mich, die auch erklärt alles. Warum ich mir so viele Dinge wünsche, warum ich frei sein möchte, warum ich nicht eben nach Paradigmen und Regeln arbeiten möchte, warum ich nicht einfach vertraue, was man mir sagt, weil ich das nicht muss. Und weil mein Innerstes und meine innerste Wahrheit, meine Schöpferwahrheit, meine göttliche Intelligenz, meine innerste Perfektion alles weiß, alles haben kann, so leben kann, wie der Wunsch ist, wie der Wunsch meiner Lebensqualität ist, wie der Wunsch meines Seinszustands ist, wie der Wunsch ist, wie ich hier als spirituelles Wesen auf diesem Erdboden meine, jetzt kommt es wieder, meine Berufung bringen will, meine Berufung legen will. Ja, was ist denn meine Berufung? Ja, was ist denn meine Berufung? Und ich sage es ganz einfach, die Berufung von jedem ist aus dieser Wahrheit heraus, mehr Wahrheit, alias mehr Liebe zu generieren, weil das das Innerste ist, was wir wollen. Wir wollen Liebe, Schönheit, Freiheit, Sicherheit und da unterscheidet sich keiner, weil das das Bewusstsein der Wahrheit ist, des All-Eins, für das wir einfach hier sind. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass meine Message ist, du brauchst niemanden, der dir irgendetwas sagt, vorgibt oder vormacht, weil deine Wahrheit und das, was für dich richtig ist und was aus deinem Herzen, aus deiner Begeisterung, aus deinen Zielen, Wünschen und Träume für das Leben hervorspringt, dass das du dir holen, auf deine eigene Art und Weise. Und dass du dich traust, deine eigene Art und Weise rauszuhauen und auf die Straße zu bringen, brauchst du diesen sicheren Raum, dieses sichere Verständnis, dieses Zuhause und diesen Rückhalt, der deinem Verstand immer wieder erklärt, warum es gut und richtig ist, okay ist, das zu wollen, was du willst, für das zu gehen, was du willst, deine Message rauszubringen, weil es ist einfach deine Berufung und jedem seine Berufung, hier Liebe zu sehen. Und durch das Sehen wird Liebe generiert und durch die Liebe wird Fülle generiert, durch die Fülle wird glückliches Wohlbefinden generiert und vor allem, verdammt nochmal, Gesundheit, weil diese ganzen Emotionen, die nur aus der Lüge entspringen, die sich in unserem Körper manifestieren und krank machen, diese Emotionen, die gehören nicht zur Wahrheit, die gehören nicht zum unendlichen Potenzial, die müssen da nicht sein, die sind alter BS, alter Scheiß, alte Regeln, alte Vorstellungen. Aber die knacken nur, weil ich dir sage, du sollst sie knacken und weil es dir hunderttausend andere auch sagen, lass es sein, glaub was anderes, du bist super, du bist toll und immer wieder dieses Gummiband, das dich zurückhält und du gehst wieder ein Schrittchen und ziehst dieses Gummiband und verlängerst es und dann kommst aber nicht richtig durch. Und es geht wirklich dazu, durchbrechen. Hier einen Durchbruch zu haben, aus dem Alten rauszugehen, aus den alten Paradigmen rauszugehen und dein Leben eins zu eins nur so zu leben, wie du weißt, dass es richtig ist und wenn es kein anderer so tut. Wenn es kein anderer so tut, ist es genau richtig, weil du musst es so tun, wie du es zu tun hast. Und dann ist deine Aufgabe auch erfüllt, weil diese Diversität, deswegen sind wir alle divers, sonst könnten wir ja alle gleich sein, oder? Das bringt die Würze in unser Leben, aber alle mit der gleichen großartigen göttlichen Idee, dass alles gut, schön, wahr und Liebe ist, in absoluter Fülle da ist. Und das ist ein bisschen abstrakt vielleicht für viele, aber das ist eben das, was jeder für sich klarkriegen darf. Und wenn er das für sich klarkriegen darf, für was bin ich hier? Wer bin ich denn wirklich? Darf ich wirklich einfach so sein, wie ich bin? Es ist komplett umato okay, so zu sein, wie ich bin. Und hier geht es nicht um Charaktereigenschaften, hier geht es nicht um Art und Weise zu sprechen, sondern hier geht es darum, dass du weißt, dass dein Seinszustand im Ursprung, ohne Konditionierungen, ohne Vorstellungen, ohne Überzeugungen perfekt ist und sich grandios anfühlt und sich so anfühlen darf und da keine Beschränkung ist und dass du weißt, dass all deine Wünsche und all deine Träume aus deiner Wahrheit rauskommen und dass die eigentlich dazu da sind, dass sie dir den Weg zeigen für dein erfülltes, glückliches Leben. Aber die brauchen Platz und diesen Platz, diesen sicheren Platz musst du dir geben, dass du dir erlauben kannst, Schritt für Schritt es umzusetzen, auch wenn es keiner versteht, scheinbar. Auch wenn es so anders ist und dann hast du deine Berufung gefunden, wenn du aus diesem Selbstverständnis heraus handelst, dich leiten lässt, dich führen lässt und nicht zulässt, dass du in irgendeinen Rahmen gepresst wirst, dass du mit irgendeiner Angst manipuliert wirst, mit einer Vorstellung der Angst manipuliert wirst, und dass du weißt, wer du bist in diesem riesengroßen Raum der unendlichen Möglichkeiten und dass du lernst, die Möglichkeiten zu wählen, die sich grandios für dich anfühlen und wenn es keiner Regel entspricht, wenn ein Tagesablauf anders aussieht von den meisten Menschen, wenn die Vorstellung von Lebensqualität von den meisten Menschen anders ist, wenn die Vorstellung von keine Ahnung, von Urlaub machen, wie oft war lang, wie viel, alles, das muss nicht dein Orientierungsrahmen sein, weil dein Orientierungsrahmen ist deiner und da gibt es keine Limite, ja, es gibt keine Limite, du darfst und kannst nur erreichen, was du willst, wenn du den und den und den Weg gehst. Ja, schau, wie viele sagen, schau, wie ich es gemacht habe, schau, wie ich reich geworden bin, schau, geh, mach einfach das, was ich dir sage und in dir sträubt sich alles dagegen und sagt, das stimmt doch für mich gar nicht und du denkst, du bist schlecht, weil das, wie der andere zum Erfolg gekommen ist, für dich nicht stimmt, weil du dir nicht die Erlaubnis geben kannst, deinen Weg zu gehen, auch wenn er anders ist. Und ich spreche hier zu den Menschen, die sagen, ja, wow, genau, ich habe es immer gewusst, ich muss nicht das machen, was man mir sagt, sondern es gibt hunderttausend andere Möglichkeiten, die Dinge, mein Leben zu gestalten, auf höchstem Niveau und ich sage jetzt auf höchstem energetischen Niveau, auf höchstem Freudeniveau, auf höchstem Liebeniveau, auf höchstem Vertrauensniveau, auf höchstem Begeisterungsniveau und auf höchstem gesundheitlichen Niveau. Es ist da für jeden auf seine eigene Art und Weise. Und es gibt kein Falsch, es gibt nur ein falsches Verständnis. Und diesem falschen Verständnis helfe ich dir, auf die Spur zu kommen, dieses falsche Verständnis aufzudecken und zu sagen, hey, das ist ein falsches Verständnis, das du hast vom Leben. Das stimmt so nicht. Die Wahrheit ist frei, die Wahrheit ist schön, die Wahrheit ist in Fülle. Dieses Verständnis musst du nicht weitertragen. Und ich bin dazu da, das ist meine Berufung, diese Verständnisse einfach aufzudecken und nicht mal zu drehen, sondern dir die Wahrheit zu erklären, dir zu erklären, wo deine wahre Sicherheit ist, wo deine wahre Unterstützung ist, zu erklären, wo deine wahre Freude ist, dir zu erklären, wo die wahre Fülle ist und dass du diesen Zugang findest für dich, auf deine Art und Weise, ohne jemals wieder zu denken. Irgendetwas, was du willst, was du dir wünschst, was du dir vorstellst, ist falsch oder daneben. Na, das ist der größte Hemmschuh, weil wir immer wieder im Außen nach Erlaubnisgebern für uns selbst suchen. Und das geht ein Stück weit. Und dann kannst du dir den nächsten Erlaubnisgeber suchen und den nächsten und den nächsten. Aber wie wäre es, wenn du es lernst, für dich selber diese felsenfeste Basis zu finden, wo du dein eigener Erlaubnisgeber jedes Mal bist, wenn wieder ein neuer Wunsch, ein neues Ziel, ein neuer Traum aufkommt. Und auch für Gesundheit. Ich komme aus der Gesundheit, weil ich muss es mir aus der Gesundheit beweisen. Und ich habe gesagt, wenn es so geht und Unheilbares heilbar werden kann und mehr und mehr und mehr, dann glaube ich erst dran, dass es keine Limite gibt. Nur, das Geile an der ganzen Geschichte war, es hat mich immer wieder vor dieser Herausforderung, und dann kam wieder ein Schmerz, und dann kam wieder eine Einschränkung, und dann kam das, und so weiter und so fort. Und es hat mich immer wieder dazu getrieben, endlich anzuerkennen, wer ich wirklich bin, wie bedingungslos, unlimitiert das Universum ist. Und unlimitiert heißt eben einfach energetisch. Weil alles, was materiell, was substanziell ist, auch unser Körper, ist beschränkt. Und wie ich diese Unbeschränktheit, die meine Wahrheit ist, in einer beschränkten Realität lebe, das ist doch das Interessante. Das ist doch das Interessante, wie ich das hinkriege. Und dieses Verständnis, und diesen Mindset, und diese Wahrheit für dich zu adaptieren, darum geht es mir, und darum geht es auch in dem Magic Mind Mastermind, das nächste Woche am Mittwoch startet. Es wird eine kleine Gruppe sein von Frauen, bis jetzt hat sich noch kein Mann interessiert, mit denen ich ganz eng zusammenarbeite, sechs Wochen lang, und mit denen ich helfe für sich, diese Geschichte, diesen Verstand, diese Sache klar zu kriegen, dass jedes Warum, dass jedes Warum, das aufkommt in deinem Kopf, dass jedes Ich-Verstehe-es-nicht eine Basis hat, aus der du die Antworten schöpfst. Und dann bist du aus meiner Sicht wirklich frei, weil dann bist du wirklich unabhängig, weil dann hast du für dich deine Wahrheit gefunden, und aus der heraus lebst du. Und aus der heraus lässt du dich nicht mehr beeindrucken, aus der heraus lässt du dich nicht mehr bremsen, aus der heraus überlegst du dir nicht mehr, das darf ich sagen, aus der heraus überlegst du dir nicht mehr, ist der Wunsch nicht zu groß, oder ist es nicht zu irre, sondern aus der heraus gehst du in diese Pam-Klarheit rein, wo du dann plötzlich erkennst, wow, 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 das ist verdammt groß, was ich hier jetzt sehen kann. Logisch, weil plötzlich gehst du in die Aussicht auf unendliche Potenziale, unendliche Möglichkeiten, unendliche Weite, die aus dir entspringt. Hey, das ist scary, das macht Angst, ist ja logisch, oder? Also, plötzlich bist du frei wie ein Vogel. Alle Limitierungen und alle Geschichten, wo du denkst, oh, das hat mich geschützt, das hat mich abgestürzt, die fallen weg. Und wenn da nichts ist, was sich aufhält, dann gehst du, äh, auffängt, dann gehst du wieder zurück ins Alte. Und diesen Trallerratz, das habe ich ja so lange gemacht und so lange gemacht. Und jedes Mal habe ich so geguckt, so, oh, ist es ja vielleicht ein bisschen sicherer. Und es ging erst auf, als ich für mich diese Sicherheit hatte, diese Sicherheit, die aus der Wahrheit kommt, aus dem Leben und aus dem Herzen, viele nennen es aus dem Herzen, aber es hat mir nicht gereicht, einfach irgendwo zu sagen, gut, ich brauche eine Herz-Hirn-Kohärenz und das muss ich herstellen und so weiter und so fort. Und dann mache ich das nicht mehr und dann macht es wieder, oh, scheiß, hab Angst, oder? Was für ein Instrument, was für ein Tool muss ich jetzt machen, oder? Und dann bin ich die ganze Zeit wieder beschäftigt mit der Vorstellung, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich tun? Und dabei sollte die Frage heißen, wie kann ich sein, wie kann ich sein, wie kann ich die Wahrheit sein, wie kann ich die Wahrheit leben, wie kann ich die Wahrheit kommunizieren, wie kann ich der Wahrheit dienlich sein? Weil die Wahrheit ist das, was sich geil anfühlt, was sich cool anfühlt, was sich frei anfühlt, was sich gesund anfühlt und was sich neu anfühlt, was sich frisch anfühlt. Und was will ich noch? Also, ich nix mehr sonst. Und ich bin so froh, dass ich zum Beispiel in einer Situation wie jetzt mit diesem Virus gezeugseln, echt, da nicht irgendwo eine Aufgabe habe, sei es in einem Unternehmen irgendwelche Kommunikationen, Schutzmaßnahmen oder sonstige Vorkehr vor Schutzmechanismen kommunizieren muss, schreiben muss, verbreiten muss, keine Schilder aufstellen muss und sagen muss, äh, küsst euch nicht mehr, umarmt euch nicht mehr, wo es so gegen meins geht, oder? Wo diese Gesellschaft jetzt so macht und wo ich nicht sagen kann, äh, umarm niemanden mehr, verschließe dein Herz, ziehe dich zurück, verschotte dich. Im Gegenteil, hau es raus, hau die Liebe raus, hau die gute Energie raus, überschreibe jegliche Angst. Angst, das ist meine Message. Und da kann ich doch nicht in den Unternehmen sein oder, keine Ahnung, in der Unternehmenskommunikation, in der Marketingabteilung sitzen und irgendwelche, ähm, Vorschriften abarbeiten, die aus der Angst geboren sind, oder? Und das könnt ihr wahrscheinlich auch nicht. Und das, das, das macht euch so fertig. Und ich bin eben nicht der Meinung, dass man das tun muss, sondern ich bin der Meinung, man muss seine Wahrheit leben und man muss diese Berufung, das, was so fest ruft, raushauen. Und nur wenn es jeder Einzelne auf seine eigene Art angstfrei, grenzenfrei, tut, lebt, dann werden wir es shiften. Und dann kommt ein Coronavirus, dumm, 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 dumm. Und das ist so eine ganz kleine, äh, eine kleine Gruppe von Menschen, die hat noch Angst und rennt sich verstecken und die anderen sagen, hey, lasst uns umarmen, lasst uns küssen. Und die andere, die kleinere Gruppe, sitzt dann nämlich in der Ecke und sagt, wow, wieso haben denn die keine Angst? Wieso lassen die sich nicht einschüchtern? Und kommen dann zu der großen Gruppe, wo sich alle in Sicherheit und Liebe, äh, umarmen und sagen, wow, lass mir doch nicht ein Virus einreden, was soll denn das? Oder, und darum geht es. Und es braucht jede Einzelne. Und es braucht jeden Einzelnen, der sich traut und der ausbricht auf seine Art und Weise. Und diese Basis, hol die dir. Wenn du das gut findest, was ich sage, wenn du sagst, ja, das ist mein Missing Piece, weil das war mein Missing Piece, ähm, mein, das, was mir halt immer noch gefehlt hat, zu der Arbeit zu Dr. Joe Dispenza, die eben mir noch nicht gesagt hat, wie komme ich wirklich in diesen permanenten Zustand, ohne dass ich dieses Gummiband wieder habe. Und die es mich immer wieder zurückzieht und es mir immer wieder irgendwelche Limitierungen aufzeigt, die gar nicht da sind. Weil wenn ich in der Meditation bin, weiß ich ja, dass die nicht da sind. Aber kaum, pam, Augen auf, hier, Realität, boom. Oder? Und da braucht ihr anderes Selbstverständnis. Da brauche ich ein Wissen, und für mich ist es die reine, pure Wahrheit, ich habe es immer gechannelt, dieses Wissen, bis ich ein Buch gefunden habe aus 1860. Und da steht alles genau drin. Und da habe ich gewusst, Mann, echt cool. Wenn es 1860 schon mal eine gechannelt hat und geschrieben hat, dann kann es ja nur die Wahrheit sein, was mir die ganze Zeit hier ins Ohr geht, was meine Gedanken sind, was meine Vorstellungen vom Leben sind. Dann kann ich mich jetzt da reinfallen lassen und da kann ich aus diesem Wissen heraus mein Leben gestalten. Und für mich ist es genau der Kasus-Knaxus. Also nochmal, wenn du dich interessierst, gibt es zwei Sachen für dieses Magic Mind. Am Donnerstag geht es los. 18 Uhr, bis in eine kleine Gruppe. Ich kümmere mich um jeden ganz speziell auf seine eigene Art und Weise und helfe dir persönlich mit den Sachen, die dich gerade beschäftigen, mit deinen Themen, aus dieser neuen Perspektive heraus, dass du sie so verfestigt hast, dass du keine Angst mehr hast, wirklich diesen Wünschen und Zielen, diesen Ruf zu folgen, dieser Riesenvision, die so riesig ist, dass du einfach sagst, yeah, okay, ich mach's, alles klar. Ich spüre es so fest und ich lege alles ab, was mich hindert. Du kannst mir schreiben, ich kann dir Fragen per E-Mail oder per Messenger beantworten. Du kannst, wir können ein kleines, kurzes Gespräch aufmachen. Du kannst dabei sein. Die Anzahlung ist einzig und allein 500 Euro. Du kannst einen Ratenplan machen. Du kannst ihn mir vorstellen. Wir einigen uns darüber. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass, wenn du das ernst nimmst und wirklich full on, diese Unterstützung sechs Wochen lang, ohne zurückzuhalten, ohne wieder, oh, ich muss das Gummiband doch irgendwie noch rechtfertigen, sondern bereit bist zu sagen, ich spreng das jetzt, mir ist es egal, dann ist es das Richtige für dich. Und dann bist du in einem kleinen Mastermind mit Frauen, die das für sich entschieden haben und die ihr eigenes Ding machen wollen. Die ihr eigenes Ding machen wollen. Ohne einen Rahmen, ohne einen Raster, sondern nur aus einer Basis heraus, die sie trägt und die sie führt und unterstützt in Fülle, in Liebe, in Wahrheit. Also, ich freue mich auf dieses Magic Mind, weil wir können das alle machen, nur jeder braucht für sich sein eigenes Mindset, sein eigenes Verständnis. Weil sonst ist es nicht fest genug, wenn du versuchst, etwas von jemand anderem anzunehmen und für dich zu leben, anstatt dass es deine eigene Wahrheit ist, die aus dir rauskommt, fehlt dir immer wieder die Motivation, fehlt dir immer wieder die Sicherheit, suchst du immer wieder noch, ja wie machen es denn andere, können es denn andere besser, lässt dich immer noch ablenken, weil du glaubst, dass du irgendetwas nicht richtig machst und solange du das glaubst, dass du irgendetwas nicht richtig machst, dann wird es so sein. Es gibt keinen Grund, weil es geht ja nicht ums Machen, sondern es geht ums Sein, es geht um ein Selbstverständnis und das musst du für dich nageln, das kann ich dir nicht vorgeben, ich kann dir für dich in deiner Welt dir deine Impulse klar machen und dir ein Verständnis geben, das dich bestätigt, das dich rückbestätigt, dass du endlich merkst, wow, ich hab's ja eh gewusst, wow, es stimmt mir alles, was ich will, wow, meine Träume, wow, wow, wow und darum geht's mir, dass du für dich weißt, dass du alles richtig gemacht hast und das, was du machen willst in Zukunft, keine Vorgabe, keinen Weg braucht von jemand anders, sondern nur deinen eigenen. Hallo, Sabine, hat jemand, der jetzt gerade da ist, noch eine Frage? Kann auch eine andere Frage sein, kann auch eine persönliche Frage sein? Ich sehe die Kommentare, glaube ich, wie gesagt, es würde sich lohnen, gerade in so einer Zeit, aus den Paradigmen auszusteigen, danke fürs Herzchen, schick dir eins zurück, warte, wie geht es? So, ja genau, so, auszusteigen und dein Ding zu machen und zwar dein Ding, nicht irgendwie mein Ding, wie ihr meint, weil ich jetzt dein Coach sein darf, sondern ich coache dich dorthin, dein Ding zu machen und nicht so, wie ich es mache, sondern dein Selbstverständnis zu finden, aus deinem Selbstverständnis, deine Wünsche und Träume zu leben und zu kreieren und das geht's doch, oder? Und das Einzige, was ich machen kann, ist dir helfen, deine Basis, dein wirklich, dein Fundament, dein unumschlagbares Fundament, zu finden auch, wo du immer wieder zurückkommst und wo es dein Refugium ist und aus dem heraus machst du großartige Sachen, erlebst du großartiges, machst ein großartiges Leben und wirst verdammt noch mal gesund und Sachen können gesund werden, gell Sabine? Auch wenn man es nicht glaubt, weil man es so lange in dem alten Paradigma mitgetragen hat und es gibt da keine Limit. Das Limit ist das Paradigma, das Limit ist die Vorstellung, das Limit ist das Festhalten und da Kopfsprung rein zu machen, das braucht eben Mut und B, musst du einfach verdammt noch mal wissen, dass da, wo du den Kopfsprung rein machst, auch wenn du es nicht weißt, wie es genau ist, dass es super ist, dass es dich trägt, dass es dich liebt, dass es dich unterstützt und dass es dich vorwärts bringt. Es ist so, Ursula! So muss es sein und ich meine, wir kennen uns ja auch ein bisschen aus dem Geldmagnet, du weißt auch, dass da immer wieder die Mauern kommen, und dich einmauern und dann brichst du wieder schnell durch und dann kommt wieder die Realität und du machst, und du traust es nicht und du gehst wieder suchen und wie machen es die anderen und vielleicht soll ich es auch so machen wie die anderen und das ist halt einfach nicht nachhaltig, das bringt mich immer ein Stück weiter, immer ein Stück weiter, immer ein Stück weiter und ich will aber, dass es explodiert in den Menschen, so wie es lange bei mir nicht explodiert hat, aber als es dann explodiert hat, war ich dann echt frei und zwar nicht so pseudofrei, weil ich es mir irgendwie eingeredet habe und so weiter und so fort, sondern dann hat sich eben diese Kohärenz hergestellt und nicht nur von kurz, von Hirn und von Herz, sondern von allem, innen, außen, Vorstellungen, Wünschen, plötzlich wurde alles kohärent und plötzlich war es, ja, es ist Kummiband, plötzlich war es echt entspannend, entspannen und dann weißt du, dass es kein Risiko gibt, auch wenn im Außen das irgendwie alle logischen Alarmglocken aufläuten können, aber du weißt, nein, kann ich mir doch nicht erlauben, ich gehe mein Ding und wenn mein Ding göttlich geführt ist, wenn ich das spüre, dass es von höchster Liebe, von höchster Energie, von höchster Begeisterung gespürt ist, dann geführt ist, dann spüre ich auch keine Angst. Nur wenn ich immer noch glaube, ich mache irgendetwas falsch und irgendetwas kann nicht so gehen, wie ich es mir vorstelle, dann ist es scheiße. Aber alles kann so gehen, wie du es dir vorstellst. A, kannst du alles haben, was du willst und B, musst du nicht Sacrifices machen, also du musst nichts opfern. Im Gegenteil, du musst dich sein und nicht irgendwas zurückhalten, weil wenn du zurückhältst, dann ist die Energie nicht dort, wo sie sein soll, und zwar dort, wo du hin möchtest zu deinem Traum und zu deinen Wünschen. Wenn du irgendwas zurückhältst, wenn du dich irgendwie versteckst, auf irgendeine Art und Weise, wenn du irgendwie glaubst, irgendetwas machst du nicht gut genug, irgendetwas darf man nicht sehen an dir, oder irgendetwas ist doch noch zu verändern, dann hältst du zurück. Und dann kommt wieder, dann bist du wieder mit dem Gummiband mega fest verbunden und dann bist du wieder in der alten Box. Und da kommst du nur raus, wenn du nicht mehr zurückhältst. Weil wenn du nicht mehr zurückhältst, dann macht es WUM und das Gummiband macht ZACK FATZ und dann bist du da und dann bist du frei und dann willst du aber auch keinen Schiss haben vor dieser Freiheit, von dieser Größe, vor diesen unendlichen Potenzialen, vor den unendlichen Möglichkeiten. Und da brauchst du deine Basis, da brauchst du deinen Orientierungsrahmen, da stützt du dich wieder ab und zwar nicht in der Box, sondern wie so ein Astronaut im Weltraum, schwerelos, gehst du mit mega Vertrauen in die Unendlichkeit aller Möglichkeiten rein. Ich kenne keinen anderen Weg. Wenn einer einen anderen Weg kennt, ich bin gespannt, lasst mich wissen. Ansonsten könnt ihr immer noch mit ins Universum reisen, genau, ins Unendliche. Jetzt gehen sie ja zum Mars, habe ich ja gestern gesehen. Wir gehen aber nicht zum Mars, ist ja limitiert, oder? Sondern echt dort unendlich. Reisen. Also meine Lieben, lange genug geredet. Wer mehr wissen will, wer wissen will, ob es für ihn ist, kontaktiert mich übers Wochenende. Und dann schauen wir 500 Euro Anzahlung. Du meldest dich an, zahlst 500 Euro an, sagst mir, wenn du es nicht auf einmal zahlen kannst, was dein Ratenplan ist. Und mein Ziel für jeden Einzelnen, der dabei ist, ist, dass der gar nicht merkt, dass er extra bezahlt hat, weil nämlich plötzlich Schleusen aufgehen, die zu waren. Weil du dich plötzlich zeigst, weil du plötzlich da bist. Bitte, Ursula, sehr, sehr gerne. Weil du plötzlich präsent bist und weil du nicht mehr zurückhältst und weil du klar bist. Weil du klar sagst, was du möchtest und weil du klar weißt, wer du bist und weil da kein Unterschied mehr davon ist, ob du die bist, die das haben darf, was sie möchte. Logo! Also, Tschüss ihr Lieben! Bye!